Musik Heyo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Metrics Und heute würde ich doch gerne mal irgendwie alles wieder vermixt machen So ein bisschen produktiv sein für alles und so ne Ähm Vielleicht sollte ich mal ein paar Kisten noch bauen hier Ich weiß nicht ob ich hier noch Kisten hinbauen will Ich kann ja das hier mal wegnehmen Weil ich die richtige Spitzkirche finde Und ja ich hab gerade Wie ist denn hier noch? Naja Gerade noch die Folge geschnitten Achso stimmt das muss zugebaut werden hier Erstmal so Dann bauen wir das hier zu Dann kommen hier nämlich auch Dings hin Äh Kisten und so Wenn wir denn Holz hätten Haben wir alles Holz verbraucht? Ne 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 wir haben alles so Krass Ich bin ja recht produktiv in letzter Folge Stein Ich tu erstmal alles weg und dann mal gucken was noch kommt Ähm Essen und Mob Drop Ich glaub mal der Der Weg nach unten Ich tu mal eine Fackel hin Hier der der Äh Mob Farm Tunnel hier Hier runter Ich glaub den spreng ich mir frei Weil What the fuck Ach du fühlst dich etwas schlau oder was? Das war wohl nichts So Ähm Aber ich glaub ich geh ins Bett Und will dann draußen schon diesen Hügel fertig machen hier draußen Mit dem Schuppen Mit dem Schuppen in dem Haus Meine Frisse Äh Wir brauchen Dreck Irgendwo war hier eine Dreckskiste Das war doch einfach die Ein bisschen Hügel anpassen heute Ich glaub ich so viel Achso ich muss mir noch Ne neue Axt machen Essen Und Leder Äh Tu ich jetzt einfach mal hier ran Dann machen wir kurz ne Axt Dann können wir noch ein paar Bäume fällen So Einen Rest tu ich hier wieder rein Dann haben wir die Kohle Und das Glas Keine Ahnung Wo hin damit Aber Ja Guck mal hier Haben wir nämlich schon angefangen Letzte Folge Und dann wusste ich nicht weiter hier Ich glaub ich zieh das erstmal hier rüber Und dann können wir immer noch hier weitermachen Oh die Bäume Nein Mr. Creeper Oh Mann Noch mehr Löcher Will ich nicht haben Ey der hat Gunpowder gedroppt Genau das Was wir brauchen Wollen ganz schön viel Gunpowder Das ist schon wieder so ein beschissener Baum Wo überall was wächst Ich hasse sowas So Ich glaub den nehmen wir noch Ähm Haben wir noch keine Setzlinge bekommen Mann Das ist für ein lausiger Baum Bäume Gucken wir hinten in den Büschen hier Da haben wir noch was Da noch So Wir haben drei Setzlinge bekommen Hey Die finden sich jetzt einfach mal neu So Ich werde aber auch ein paar Setzlinge bekommen Ne? Nein? Okay Okay Dann werde ich das jetzt hier einfach mal weiter bauen Zubauen Oder so In der Art Ich weiß echt nicht wie ich hier weitermachen soll Ich glaub ich müsste von da hoch bauen Weil von hier aus geht das irgendwie nicht Das wird nichts Machen wir hier die nächste Ebene hoch So in der Art Und dann hier weiter hoch Beziehungsweise hier So So was in Art Ach ja Dann müssen wir das echt gut ausleuchten da unten Jetzt muss ich hier schon nicht weiter So Ich mach's einfach mal so Ich denk mal Ich mach da noch normales Äh Normalen Stein hin Dass es ein wenig aussieht So So Ich komm von hier aus Oh Gott Äh So Ich glaub das wird was hier Könnt das ja hier auch zumachen Weil dann Kommt das dem eher Natürlich näher So Bis hier so Hier müssen wir auch noch zumachen da unten So Äh Das ist relativ cool Äh Das ist relativ uncool So 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 hier überall mal so ein Ding Drei machen Damit es ein wenig natürlich aussieht So Irgendwie Vielleicht Obwohl Ich muss es auch so machen Ich glaub es ist viel besser Äh Ja Wir müssen das dann später mal hier so weiter runter machen Irgendwie natürliche Art und so Jetzt bäuch ich das hier erstmal zu Jetzt kommen hier noch Ein bisschen Viecher rein Ist nämlich schon einer Ein blödes Mistviech drunter Äh Halt die Klappe So Okay Ich komm nicht ganz auf den Grund hier Jetzt mal ausleuchten hier Schön dunkel Au Schießt mich irgendwas aus dem Dunkeln ab Hier Hui Ich hau ab Tschüss So Ich mach mir jetzt hier die Battle Zu So Ich glaube das geht Huch Ach das war's Reicht so Sehr zufrieden damit So Dann würde ich sagen Gucken nochmal nach Setzlingen hier Und dann Ich sag was Das äh Für das Okay Gucken wir hier nochmal nach Setzlingen Hey Hey Ein paar Bäume anpflanzen hier Können ja hier auch Bäume anpflanzen Das ein bisschen natürlicher wird Hier Ich sag Geht mal her So So Der Timer geht gleich los So Also wenn das gleich nicht natürlich heißt Ja ist gut Timer So Ähm Okay dann hätten wir das kleine Problem schon mal gelöst Muss wir hier nur so einen Aufgang machen oder so Und hier müssen wir noch normales Noch Dings zubauen So jetzt können wir vielleicht noch ein paar Kisten craften Ich mag diese Musik Hä Zack So Eine Kiste machen wir noch So Dann haben wir nämlich acht Oh Gott da muss noch Holzchen Das kann nicht so bleiben Holz 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 Holten wir doch So Na Ja Kisten Äh So was Eine Art Was ist denn da in der Mitte Auch Holz Okay Ja ich weiß noch nicht wie es hier weiter geht Deswegen Lass ich das erstmal Hier weiß ich nicht ob ich das wegreißen darf Fuck Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Okay da muss Redstone hin Okay da muss hier Dings hin Holz Und Redstone So Okay Problem gefixt Gut ja Da bin ich aber jetzt ein bisschen beruhigt So Das muss hier noch irgendwie ausgebaut werden Keine Ahnung Welche Art War da Naja Kann hier ein bisschen graben Dann würde ich sagen Das war es glaube ich erstmal für die Folge Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder Haut rein Ich hoffe sie hat euch gefallen Also das hier mit dem Übergang gefällt mir wohl gar nicht Na ja Ja ich würde sagen das war es für jetzt und dann sehen wir uns nächste Folge wieder haut rein bis dann ciao Okay da bin ich ja Ja ich bin ja Ja ich bin ja Ja Dann Ich bin ja